Servus und willkommen zur nächsten Mission von Orks Must Die 2, Tunnel. Wieder mit Syltra. Hallo. Wir haben vier Schädel bei der letzten Mission bekommen. Also ich spare meine erstmal. Ich habe die schon für den nächsten Fall ausgegeben. Ah, okay. Passt. Schauen wir mal den Tunnel an. Du wirst niemals starten durch deine eigenen Fallen. Wunderbar. Hey, guck mal! Da hat sich noch ein Spalke... Ich kann da mit B drücken und jetzt... Ich hätte alle geschlossen. Wo sind wir? Was sind das für Tunnel? Wir sind in den Minen der Zwerge. Hier arbeite ich. Du machst jetzt den Bergbau? Ich glaube, diesmal stehe ich ein bisschen mehr an. Ja. Ich höre gerade der Gespräch zu. Ich auch. Okay. Ja, genau. Zauberbuch öffnen. Ich habe zumindest jetzt auch eine Starre... Äh, machst du links und ich mache rechts? Äh, wollen wir nicht vielleicht hier in der Mitte, weil hier in der Mitte kommen sie immer durch. Wärst du auch zu lange, bis die Wortler hier sind. Meinst du, wir sollen beide Seiten? Ja. Erstmal? Dann... Also erst kommen sie auf der linken Seite, also... Wobei, dann haben wir keine Pause. Übrigens, wir haben hier auch, äh, so ein komisches Teil. Du siehst ja auf der Karte diese, äh, diese grüne Spur. Da können wir die Minen-Cards da umleiten. Kann man da runterspringen, ohne zu sterben? Äh, probier's bitte. Äh, nee, kannst du, du kannst da unten durch. Erst kommen sie links, dann kommen sie rechts... Hier sind, hier sind Heiltränke. In den, in den... Ja, die sind... Also waren bei der letzten waren auch welche da. Aber gut, die Gegner kamen gar nicht an uns ran. So, jetzt platzieren wir mal. Äh, ich würd lieber machen, ich mache längst so, ich weiß nicht, ähm... Ja, aber erst kommen sie jetzt... Ja, komm, mach mich jetzt auch. Ach, Nadelkissen, setzen auf den Weg! Machst du hier eine? Ich warte erst mal. Einer. Ah, ich hab gar nicht mehr so viel. Ah ja, genau, die Nadelkissen. Ich hab's einmal wieder alles ausgedrackt. Ja, ich auch. Also, erst kommen sie links, man sieht's ja an diesem komischen, magischen Strich, der da sehen ist, wie deren erster Laufweg ist. Okay, dann... Ich drück G. Oh, da springen kann man ja. Bin entlang. Macht Liebe! Macht Liebe! Du stehst mal vor deinem Schuss so. Ach so, werd ich... äh, block ich da nen Schuss ab? Ja. Oh, das ist scheiße. Dann sollen wir nicht... ja, kommt los da. Ey, weg da. Oh, die Minigun oder was? Also, so, die magische Minigun. Ey, du da. Weg da. Du auch. Wie gefällt euch das? Neu Spalt euch mit sich. Was? Hier, glaub ich, ne? Hier, der Neu Spalt hier. Ähm... Ein Arf ohne Bein. Legen wir los! Mist. Ne. Wird klar. Kress auf auf. Okay. Haben die auch links wirklich mit, oder? Ja. Er sollte jetzt ganz besonders tot sein. Bam. Als wäre es, zu jung zu sterben. Die Boxen doch mal zu jung zu sterben. Oh. Da unten ist einer. Ach, und der da unten? Äh, einer von uns hat ihn runtergehauen. Als ich da möchte. Die müssen dann die Fallen sein. Ne? So, was jetzt? Hast du schon? Ach, ne, da ist noch. Bester Job aller Zeiten. Bester Job aller Zeiten. So. Ach, ist so anstrengend. Zeit für ein Picknick. Anstrengend. Zeit für ein Gemetzel. Zeit für ein Gemetzel. Hier sind sie. Ich geb dir von hier. Schluss. Ah, sie kommen jetzt auf deiner Seite auch. Okay. Okay. Die halten einiges aus. Die... Die Dicke. Oh, ich glaube, ich hab einen Rinder geschützt. Ich hab grad ne... Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Ich hab nen Schädel. Ah, gut. Wir haben jetzt zuerst mal wieder Verschnaufspause. Jetzt würd ich mal hier unten auch... tödlich und steilisch. Hm, wie viel hab ich denn? Bin out of Geld. Ich hab nicht sehr viel. Du kannst noch Sachen mit vollem Betrieb verkaufen, ne? Ja. Aber, ja gut. Ist eigentlich gut. Du wirst da voll die Boden fallen, na, ist klar. Ja, dann... Ist es die letzte schon? Vier von fünf? Ne, zwei noch. Jetzt gibt's was Feines. Jetzt gibt's was Feines. Dann ist auch... Ich bräuchte irgendwie so ein Schwert, um einen Nahkampf zu geben. Müssen wir mal anschauen, was er... Was er fassen, das so gibt. Keiner schlägt mir. Ja, klar. Was ist das denn? Er hat Elemente. Ja. Wow. Wegzug Alles klar Was ist das denn für ein Vieh? Ein Erdelementar Der teilt sich in zwei kleinere, wenn er fällt Boah, wie wir zurückgedrängt werden So macht man das Ja, geht gleich weiter Und los geht's Jetzt wird's Letzte Welt Warum hast du solche fallen? Weil die aufhalten Ich hab schon den Dreher-Kombo gemacht Boah, komm die bloß hier raus Boah, Errungenschaft Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötert Ja, dann töten sie alle auf einmal Ich hab gesagt Boah, die sind drücken Sie sind schon unten Nein War da grad bei mir gewahrhofft Ich glaub ja auch Oh klar Woher kommt der denn her? Warte, ich kann mit dem Liebe machen Ja, genau Oh, bitte zieh die Erdelementare I believe I can fly I believe I can die Der möchte ja immer gerne in den Nissen gewinnen wissen Der taucht bestimmt, dass wir eigentlich auf einmal bewachen sollen Oh, Dance Was genau möchtest du sehen? Vier Schädel Endlos Level Bieten dir eine hervorragende Möglichkeit, neue Schädel zu verdienen und deinen Charakter zu verbessern Du findest die Endlos Level auf dem Kampagnenbildschirm Juhu Sechs neue Schädel Hast du auch sechs bekommen? Nein Ne, vier Jetzt wirklich? Ja, vier Bekommen Ne, plus sieben Bonus Schädel Ja Dann wirst du diesmal besser Ich hab ne Belohnung, äh, Heilungsschmuckstück Ich auch Ähm Schnell mal die Statistik anschauen Waffen Du warst die Ich war auch diesmal besser, aber trotzdem hast du Du hast ein Knochen-Amelet Du kannst eine Ambrust kaufen Könnte ich machen Danke fürs Zusehen Bis zur nächsten Mission Ciao